Ja und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, wir reden mal mit Dexter Deshawn. Wir reden mal mit Dexter Deshawn. Aber die Leute, die zu versuchen, zu verabschieden, sie sehen die Bühne im Inneren. Alles klar. Wir haben jetzt eine sehr wichtige Arbeit. Wir spielen gargantuan, als ob wir ein Schafhund verabschieden. Hang on. Ich habe eine Frage von mir. Warum all das, Dex? Warum ich? Ich könnte Jackie oder T-Bug sitzen hier. Ich könnte das einfach nur an comms. Ich würde mich, aber ich würde mich mit jemanden mit in den Augen sehen. Ich hatte den Spaß mit dem Jackster in der Vergangenheit. Und Sweet T-Bug hat das Bruder aus zwei Jahre alt. So hier sind wir. Besides all das, ich habe eine spezielle kleine Pre-Mission für Sie. Aber wir kommen zu da. Lass mich hören. Was ist das Job? Es gibt diese Prototypen. Es ist ein Biochip, um genau zu sagen. Job ist es zu holen. Es ist einfach. Hm. Ich glaube, es gehört zu einem Schafhund? Mhm. Arasaka. Es ist sicher, das ist kein Problem. Oh. Got a plan? Two things. First, a conundrum with the Maelstrom boys. Needs active resolving that. Second, a rendezvous. Simple. Client who brought us the job's anxious. She wants to parley with one of the team. What's the issue needs resolving with Maelstrom? Got a beef? Slot in the shard. Got a classic tale for you. Psycho gang doing his thing two weeks back. Jumped a Militech convoy. Got away with the gear. Corp don't even know Maelstrom's involved. Now see? Convoy was carrying the flathead. A little combat bot. A prototype. And I need me that bit of high-grade military tech. Cause if we don't get that bot, we don't get no soccer chip. And we sure as hell don't get no happily ever after. But don't get excited. It's a single-use toy. Now, I flat out purchased the damn thing from Maelstrom. Problem is, I did so from a gent went by the name of Brick. I say when, cause Brick was the leader. Three days after we'd sealed our deal, his friend and gang mate, one Simon Randall, AKA Royce, plain dropped his ass. Royce is in charge now. And I got no way of knowing if he aims to honor his predecessor's word. To add to this shit stream, one Meredith Stout of Militech has developed an interest in said convoy. Hmm, he looks like everything looks pretty weird. Royce guy. What's he like? A straight psychopath. Chrome loving kind. Big club in this town. I'll give you that. Except few of its other members. No matter the stakes, would put a friend and associate through an industrial microwave dryer. Apparently, first thing to burst are the eyeballs. Get a nice clear pop. Then the rest goes goulash. What? Do you know what you've learned? Who's the prima donna? Corporal agent. Internal affairs. Been skidding around town asking after the convoy as if her life depended on finding it. The one lead she's got zip tied in her trunk. Stick up her ass ain't growing any shorter. So she must be getting desperate. Be wise to think how you could use that. Of course to do so you'll need that frazzled cat's info. Sending it now. Client. What's her thing? Why does she need to meet? Woman's name's Evelyn Parker. Veterinar wasn't easy. Put the word out I was looking for any kind of intel. Right. And? Some brothers from Pacifica got back to me. Told me to stop looking. End of convo. Anyway. Our little client insisted on meeting someone with skin in the game. You know. Who'll be there for it all. Yours truly will be remote. T-Bug ain't no people person. And Jackie's only good at some things. I know you know what I mean. Pretty much leaves you. Think I got everything. Time I got to work. Well that's just music to my ears. I'll set up the meat with Miss Parker at Lizzy's bar. Flathead though is gonna be all you. One more thing Miss V. Quiet life or blaze of glory. Hm? Later now. Streetcred. Bestimmte Handlungen bringen dir Streetcred ein. Verdiene mehr Streetcred und mach dir einen Namen in der Unterwelt von Night City. So werden sie dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Und das so einfach laufen wird. Jackster. Talk to Dex. He he he. Cortito's a big deal. Literally a knock. Eigentlich beides. Guy certainly knows how to protect his biz. Wants to put us on a few small kinks. Prep work, I guess. Before lining us up a big job. There's this combat bot military prototype. Maelstrom clipped it. Then Dex paid to take it off their hands just before the gang goons had a switch up in management. Right, right. Heard about that. Royce versus Brink. Hostile takeover. Well, sums it up. Dex wants us talking to Royce. Gave the deeds of some Militech agent too, but don't know how much help she stands to be. Ha. Sing on. Yeah. You don't sound thrilled. Royce. What do you know about him? He's fucking whacked something special. Junkies snort junk. Royce snorts chrome. Then there's the other thing. Gotta meet the client who put the job on the table. Evelyn Parker. You? Well, what's Dex gonna do? Ride around in his limo? Chat chicks up on the hollow? Parker wants to meet someone on the crew. Dex gave me the nod. They must know what he's doing. So. How you wanna play this? Maelstrom or Parker? Was first? Ja. Gute Frage. Ich glaube, die Klienten könnte uns ein paar Infos geben. Und bei Maelstrom... ... 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 Oh ... Ich wollte mal schauen hier, ich sehe ein Symbol. Das Geschenk. Beschaffe den Pinquick Hack von dem Netrunner. What the hell, was haben wir schon alles hier für Missionen? Peebuck ist bestimmt die letzte, von der du Geschenke erwarten würdest. Sie ist nicht der Typ Mensch, der durch die halbe Stadt rennt, um dir lustige Kaffeebecher oder T-Shirts mit deinem Lieblingscomichelden zu kaufen. Aber ein Netrunner-Programm? Für dich? Für deinen Job? Scheiße, sie muss dich echt mögen. Schicker. Gut, dann machen wir das doch mal. Ich stelle einfach alles, was es gibt. Boah, sieht das nice aus. Hallo? Okay, so läuft das also hier. T-Bug hat mir gesagt, ich stelle hier was. T-Bug hat mir gesagt, du hast etwas für mich. Du bist V, richtig? Sie hat mir die Demen für dich. Es sollte auf irgendwelchen 3rd Gen deck funktionieren. Ich habe eine Militech-Programm-Line. Ich denke, es wird gut sein. Hm, solid gear. Für ein Beginner. Eh, danke. Okay, ich bin froh, dass du immer einen Demen hast. You could test it now. I have an access point. If you'd like, that is. You might extract some Shimsoft or subroutines. Seems worth a try, either way. Okay. Rückverfolgbar, Zeitgegner und Geräte, die mit dem lokalen Netzwerk verbunden sind. Ein paar Sachen verkaufen. QuickHacks in deinem Cyberdeck ausrüsten. Dein Cyberdeck hat eine begrenzte Kapazität für QuickHacks. Du kannst die darauf installierten QuickHacks jedoch jederzeit gegen andere eintauschen. Öffne hierfür dein Inventar die Kategorie des QuickHacks, den du installieren willst, und das darf nicht höher sein als die Kategorie deines Cyberdecks. Okay. Kurzschluss. Optik-Neustart. Überhitzen. Das sieht doch erstmal gut aus. Wir können eigentlich mal ein bisschen leer und drei verfügbare Vorteilspunkte habe ich schon. Ähm. Ich würde da... Ich würde hier einen drauf setzen. Technische Fähigkeit. Sprengstoff-Tick-Waffen-Cyberwehr. 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 Und dann, ähm... Mal schauen, wie das jetzt hier läuft. Kriegssucht. 5%ig. So 5% Sofort ist Aufladen für Gesundheit, Items und Granaten nach Neutralisierung eines Gegners. Plus 30% Aufladen-Geschwindigkeit. 15%. Vor Testpunkte Fahrzeugkampf. Man kann hier so durchschalten. Schmerzmittel schaltet langsam. Gesundheitsregeneration. Kampffrei. Ist auch ziemlich gut. Beim Sprinten. Furry Road. Fahrzeugzusammenstösse. Stunt-Schock. Okay, da ist alles gesperrt. Strassenkampf. Ermögliche es dir, Sonderwistan zu benutzen, um beim Fahren die Zeit zu verlangsamen. Auf Katzenpfoten. 15% Bewegungstempo und Schosse auf Schadensminderung. Fahrzeugquickhacks. Speicheregeneration. Speicheregeneration ist auch ziemlich gut. Nehmen wir doch erstmal alles hiervon. Zugangspunkt. Zugangspunkte bringen dich in lokale Netzwerke, wo du wertvolle Daten sammeln kannst, die sich in einigen Teilen des Spiels auszahlen können. Dann lass mal sehen. Okay, das kennen wir ja schon. Einfaches Datamining. Euro-Dollar extrahiert. Eigentlich haben wir jetzt den Laden etwas ausgenommen. Der Untergang, der Sturz des ersten Nettes. Road. Traumativ. Nice cannon shoot. Ich habe hier. In 2077, sie haben meine Stadt, die schlimmste Ort zu leben, in Amerika. Main issues? Sky-high rate of violence. Und mehr Menschen leben unter der Poverty-Line, als sonst woanders. Und mehr Menschen leben unter der Poverty-Line, als sonst woanders. und mehr Menschen leben unter der Poverty-Line. Einfaches Noten. Hin, 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 hin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Samurai, we have a city to burn.